So, Hallihallo! Ihr bin ich wieder und packe wieder aus. Heute gibt es einen Hammerhead Karoo 2 zu sehen. Und ja, Unboxing-Video folgt mit Wiegen und was wir alles in der Verpackung finden. Hallihallo, ich habe eine neue Lieferung bekommen und zwar ist er endlich angekommen. Mein Hammerhead Karoo 2. Tja, bin ganz gespannt, was drin ist und im folgenden Video packe ich den jetzt mal aus und zeige euch, was man alles hier finden kann. Das erste ist eine schöne Verpackung, wie man sieht. Sieht wertig aus und so ist es dann hier drin. Relativ groß, nicht so schwer wie gedacht. Der Vorgänger, der Karoo 1, hatte vor allem, ja, was die Ausmaße anging, doch ein bisschen einen schweren Stand, war nämlich sehr groß und hatte, glaube ich, knapp 180 Kilo, äh, Kilogramm, Quatsch, Gramm natürlich nur Gewicht. Was natürlich schon recht viel ist, doppelt so viel wie die meisten anderen. Der hier, der ist deutlich leichter, werde ich gleich dann auch nochmal wiegen. Dann gucken wir mal, was noch alles drin ist. Also ist hier so ein bisschen so modular eingepackt. Das sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Da sind Anbauteile. Tja, das ist die Head Unit. Ganz interessant, hier hinten gibt es eine spezielle Aufnahme, wie der am Lenker befestigt wird. Da ist ein eigens dafür konzipiertes Aufnahmestück mit hier dabei. Man sieht es, ist so dreieckig. Müssen wir dann auch mal ausprobieren, wie sich das bewährt, wie das funktioniert. Soll super sein, aber das sagen natürlich alle Entwickler von solchen Sachen. Das hier ist die Lenkerbefestigung. Da hat man einen Aloe-Imbusschlüssel. Hier gibt es einen Adapter, den man befestigen kann. Der ist auch mit dabei. Dann kann man nämlich die ganze Sache einfach am Garmin-Mount festmachen, den man vielleicht hat. Oder Wahoo geht auch. Das Ganze wird mit USB-C-Kabel geladen, was sehr gut ist, weil USB-C ist im Moment der Standard. Und solche Kabel hat wahrscheinlich mittlerweile jeder daheim. Falls es also mal kaputt geht, hat man da nicht das Problem, dass man da speziell nachbestellen muss, wie bei Konkurrenz-Anliefern zum Teil. Hier sieht man auch Anleitungen, wie das Ganze montiert werden soll. Und dann gibt es ein ganzes Schreiben dazu, wie man das Ganze hier handhaben soll. Batterie, GPS, Value-Frequency, Radiation-Exposure, also was für die Nerds gibt es auch zu lesen. So, das ist dann alles. Hier gibt es ein paar Stopfeln. Ich nehme an, das kommt in die Stecker, damit kein Wasser reinkommt. So, das war eigentlich jetzt so weit, dass wir alle. So, wie gerade eben schon erwähnt, der Vorgänger war ja wirklich sehr schwer. Wir werden jetzt mal schauen, wie schwer der Karoo II ist. Kein Waterweight. 129 Gramm, wenn man dann dazu die Aufnahme noch dazu macht. 166 Gramm. Und wie wohlgemerkt, mit dem Teil hier hinten, mit dem Adapter, wenn man den ohne lässt. Also, der wiegt auch noch mal 126 Gramm. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, und dann versuchen wir noch mal kurz anzumachen. Er loadet immer noch. Na ja, jetzt. Also, man sieht auch gleich, da haben wir es mit einem richtig guten Display zu tun. Das kommt schon bald an Handy-Qualität ran. Man sieht hier ein Video zur Eröffnung. Also, das habe ich bisher jetzt auch noch nie gehabt. Jetzt gucken wir mal. Das ist ein Touchscreen. Und hier können wir uns dann mit WLAN verbinden. Die ganzen Dinge, ein Video über die Einrichtung mache ich dann noch im Nachgang. Aber jetzt geht es erstmal darum, was drin ist. Also, wir haben hier Kabel. Wir haben auch noch etwas, eine Schlaufe zum sichern, dass er nicht runterfällt. Wobei man das ja eigentlich nicht braucht. Wir haben hier die Lenkerbefestigung, die meistens doch ein bisschen massiv ist. Also, schon ein ganz schöner Klotz hier. Ich werde wahrscheinlich den Adapter benutzen, der eben auch dabei ist und dann meinen Garmin-Mount anbringen. Ansonsten hat man hier noch natürlich einen Innensechskant-Schlüssel an passenden Stopfen, damit man hier die Kableingänge verschließen kann. Eine Anleitung ist dabei. Tja, und damit muss man jetzt glücklich werden. Der Rest wird dann wahrscheinlich im Menü angezeigt. So, ich hoffe, der erste Eindruck war gut. Ich mache ein Video über die Einrichtung des Ganzen noch. Und dann hoffe ich natürlich, dass er ein paar Likes da lässt. Und abonnieren, Klingel drücken, dass er die Neuigkeiten mitbekommt. Und vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich mache ein Video über die Einrichtung des Ganzen.